ja und da sind wir schon wieder gerade level up gehabt auf 66 und die xp zahlen werden echt und weiter geht's ab hier misspächer wir sind in der kathedrale und der junior hat hier aufzurufen und und dass sie so viel aushalten ist echt böse klar ich krieg sie kaputt so ist es nicht, aber es braucht viel zu lange und selbst wenn du schrinkst in der Ratte 300.000 hat und nicht zwei Schläge brauchen, um sie kaputt zu hauen ist schon ein bisschen kriminell ok, ihr Ratten schade, ich dachte es hält so schön warte, war die Ratte schon kaputt oh nicht, ich bin wieder blauer Koblen Graf Galat Galatsch Boss nur Geduld und da ist er abgehauen und wieder ein Abgehauen dieser Goblin ist echt scheiße war sowas von scheiße wo laufe ich eigentlich lang? ne, zu klopfen will ich nicht woher die Ratten war Das war's für heute. Ich fang eigentlich genauso da an, wo ich wieder aufgehört hab. Das war's für heute. 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 Das wird erst mal nicht passieren. Ich hab mir das Game jetzt so übergesuchtet. Das war's für heute. 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 Hier schmolzen Klei-Bombons. Okay. Ja gut, wenn man betrachtet, dass die hier noch von Edun 60 ist, geht das eigentlich noch, aber manche Ausrüstungsstücke sind ja noch älter, oder? FUNK 50 hier zum Beispiel. Der Ring ist hier von 57, 59, 60, na gut, geht eigentlich noch, aber Salve Crap. Alles. Auf zur nächsten Stufe, weil ich immer noch nicht genug Gegner gefunden habe. Oh, ein Ring. Den gucke ich mir mal gleich an. Auf die Minute mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Zack. Hat bessere Werte. Noch nicht bereit. Okay. 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 Nein. 31.000... äh, 1 Million. Lach nicht so. Und... Game over. So. So. Irgendwas noch da zum Aufrüsten. So. So. Ein bisschen mehr Schaden. Das geht mir auf den Sack. Auch wenn ich dafür ein bisschen Wit einbüßen musste, äh, kann man es nicht erinnern. So, ab nach Hause. Eine 20-Minuten-Folge. Na ja, gut, egal. Und wie war es noch nicht erinnern ist? Tro Kamera die